Wenn ich drei Wünsche hätte, dann hätte ich gerne Glück in der Liebe. Und dann würde ich gern mal mit einem Außerirdischen reden. Jetzt hätte ich gerne meine eigene Bude. Bei manchen Wünschen können auch wir nicht helfen. Aber das mit der eigenen Wohnung kriegen wir zusammen hin. Denn niemand erfüllt mehr Wohnwünsche von Bausparern als Schwäbisch Hall. Auf diese Steine können sie bauen. Auf diese Steine können sie bauen.